Oh, hallo! Ich bin der Erzähler! Ich erzähle diese Geschichte schon seit vor Milliarden Jahren. Hören wir jetzt mal auf zu reden. Genießt diese schöne Liebesgeschichte. Tschüss! Hallo! Hi! Hey Mädels! Boah, der ist aber süß! Die mit dem rosamen Kleid sieht scharf aus. Der hat aber Muckis. Aber sein Arsch ist auch schön. Sexy! Den spreche ich an. Was? Was läuft? Ich chill hier nur ein bisschen. Kommst du am Freitag zu mir? Ja, gerne! Hallo! Geht's dir gut? Hast du geweint? Nein! Was ist mit dir los? Meine Freundin betrügt mich. Oh, wie schrecklich! Ja, ich hasse sie. Hallo Bärchen, ich bin zu Hause. Schmuckchenhäschen, ich wollte dich schon lange etwas fragen. Was denn? Du kannst mir alles sagen. Wir kennen uns noch nicht so lange. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Deswegen will ich dich fragen. Willst du meine Frau werden? Oh! Natürlich mein Schatz! Das ist der schönste Ring der Welt! Nur für dich! I love you, Schatz! Gorn der Winkel! Endlich kriegt sie ihre gerechte Strafe! Ich habe Durst! Nein, nein, nein! Vor der Hochzeit trinkt man nicht. Ja, da hast du recht. Oh, was ist das? Jetzt los, mein Bauch. Oh, mein Bauch. Meine Cousine Elisa ist schon eine halbe Stunde auf dem Klo. Was? Es sollte doch dich treffen. Was, du falsche Schlange. Ich dachte, wir wären Freunde. Hallo, heißer Schatz. Willst du meine Frau werden? Ja, ich will. Leana, kannst du mir verzeihen? Ja, Svenja. Und jetzt wird geheiratet. Christian, willst du Leana lieben und ehren bis an dein Lebensende? Ja, ich will Leana heiraten. Ja, ich will. Meinem kraften Verliehen des Amtes darfst du die Braut küssen. Stefanos, willst du Svenja lieben und ehren bis an dein Lebensende? Ja, ich will. Ja, ich will. Hallo, hat euch die Geschichte gefallen? Wenn schon, dann gib uns einen Daumen hoch. Schaltet ihr nächstes Mal ein. Toodoo! Bis zum nächsten Mal.